und damit ein aller herzlichstes willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play civilisation schön dass ihr da auf jeden fall wieder eingeschaltet habt und wir müssen jetzt erstmal mit den russen schon ganz schön ganz schön heftig der rennt mir hier die bude ein der russ und die geländefelder noch mal klicken wir erstmal hier runter und gucken wir mal was zu bauen sooo den einen hat er auf jeden fall zurückgeschickt der ist auf jeden fall weg und real hätte da würde ich eigentlich um gerne bauen wollen muss ich beginnen erstmal lieber noch auf dem amphitheater bleiben und ein bisschen kulturell auf jeden fall da noch wie das eigentlich im religiens sieg aus montan ein unbekannter spieler der russer der hat montan zwölf bekehrte städte 37 glauben ich habe natürlich 81 glauben und zehn bekehrte städte jetzt muss ich auf jeden fall noch mal bekommen ansonsten ottawa am post erst mal und go auf jeden fall aber tendenziell dürfte ich eigentlich nur ein wenig rumpfen so hier haben wir noch mal silber als luxusgut irgendwie aber so vielleicht gegebenenfalls noch mit perlen als lux das heißt da könnte man hier auf jeden fall auch noch mal irgendwo in der stadt auf jeden fall gründen alles ist ganz gut aussieht ja auf jeden fall ganz gerne vielleicht noch mal einen offener holen ok so und damit haben wir auf jeden fall hier einmal unsere religion noch mal verbreitet und natürlich irgendwie jetzt russendurch bringen der erste eines namens so kann ich auch so ich dachte das wären barbare es lang wird und real ja und kommen wir doch den staunern wenn wir hier einmal die religion noch verbreiten oder wie lange das hält so wir kommen beim weltkongress das ist auf jeden fall wiederum spannend verdienen doppelte punkte bei großen persönlichekeiten dieser klasse Das heißt, da kommen wir schon mal auf jeden Fall auf den ganzen Schuh, große Wissenschaftler. Machen wir einfach mal Fin, das heißt, das ist das, was hier ist. Duplikate Gewehren annehmen. Was haben wir denn zum Beispiel? Ich weiß, dass ich Tapak habe. Können wir das zum Beispiel machen. Klingt doch gut. Einreichen. So, mal gucken, was bei rumkommt. Achso, es wurden keine Punkte. Okay. Das heißt, mein A wurde gar nicht angenommen. Gewährt keine Annehmlichkeiten. Tabak. Hm. 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 Das ist ja doof. Wird auch längst noch nicht. Glaube ich. So, Ottawa. Jetzt mittlerweile gut zu tun, auf jeden Fall. Mit Produktion. Ich habe noch mal eine extra Insel hier. Oh Gott. Ich habe noch mal eine extra Insel hier. Oh Gott. Innen. Hier eine Stadt. Ja. Frühstücken an Rohstoffen. Ich habe noch mal eine ganze Zeit. Aber als Söldner. Dann schicken wir hier. Dann schicken wir hier. Wie war ich Karte? Ich bin hierher. Wie war ich karte? Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. na einfach mal ein bisschen nur einfach noch mal trainiert bekommen ablehnen das brauche ich nicht ne Peter vielleicht wait Peter ok ne würde ich sagen so bisschen ablehnen Gott oh nein Möbel bisschen ab. So, unsere Religion leidet voran. Wenn wir wirklich überall dieses Gebäude bauen, ist das natürlich cool. Ich habe gedacht, das geht nicht. Ich habe gedacht, das geht nur einmal. Dann ist das ja easy. Echte mit Glaubenskopf. Dann Mission A, let's go. So, was ich mal hier brauchen kann. Oh, das klingt sehr gut. Der Druck steigt auf jeden Fall. So. Na gut. Sondersitzung. Wieso haben wir hier jetzt eine Sondersitzung? Okay. Okay. Hm. Okay. Hm. Okay. Gut. So. Mauern. Funk. Funk. So viele Missionare unterwegs sind. Ich weiß nicht, warum die einfach Jerusalem sind. Wo ist das? Ist das zu mir? Iserlande. Ja gut. Genau. Eine Siedlung. Okay. So. Ich war weg. Die erste Siedlung. Sehr schön. So. Produktion wählen. So. Der Tag an dem wir nichts mehr entdecken. So. Ausrichtung auswählen. Humanismus. Auswählen. Abboten. So neue Regierung verfügt. Ähm. Und der Trevow. Hm. 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 Ja. Das ist okay. Also Wissenschaft. Der Leute. Wer weg. Ist der. Auf dem wir schon mal funktioniert. Rika. Hm. Das würde ja schwer dort werden. Das ganze dort. Erstmal in der Stadt. Im Industriekomplex. Und einmal verkaufen. Und einmal verkaufen. Ansonsten. Hm. Könnte ich jetzt. Wahrscheinlich. Wieder. Einen. Neuen. Missionaren. Ja. Religion. Muss ja. Irgendwie. Vertrieben werden. Ja. Wir sind ja wirklich. Was den Glauben angeht. Sind wir. Wir sind wir. Ähm. 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 59,5. War das nicht gerade. Ein bisschen mehr sogar noch. Tendenziell. Eigentlich war das noch ein bisschen mehr. Aber wahrscheinlich ist da irgendwie was passiert. Was hätte nicht passieren sollen. Ähm. Ähm. Städte schon. Und. Peter. Dann natürlich nicht so viele Städte. Ne. Also da haben wir. Echt eine. Relativ gute. Gute. Religionsansammlung. Da auf jeden Fall. Aber hier. Auch. Sonnenom schon. Ende. Machen wir hier nochmal hier unten. Was haben wir hier. Große Händler. Rekrutieren. Okay. So. Dann haben wir hier. Heilige Städte will ich eigentlich nicht. Eine Songs. Ich weiß auch schon. Ich weiß auch schon. Mit dem was. Es gab. Moment. Mal hier. Ich muss einmal. Einmal nur auf sein Gelände fällt. Ich würde sagen. Wir beenden hier an der Stelle die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Mal tschüss.